Wir möchten ja auch gerne Frieden zwischen dem medizinischen und dem spirituellen. Es gibt immer mehrere Gesichtspunkte, wie man eine Krankheit heilen kann. Und es ist immer schön, wenn sich beides ergänzt und in Frieden zusammenwirkt. Das ist ja das auch, was die neue Zeit ausmacht. Hallo ihr Lieben, ich bin Monika Nirjana. Ich bin Bioenergie-Therapeutin und arbeite schon viele Jahre in diesem Beruf. Insgesamt könnte man sagen, habe ich 9.000 bis 10.000 Kunden schon in die Heilung führen dürfen. Das waren alles wunderschöne Erfahrungen, wunderschöne Prozesse. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich diese Arbeit tun darf. Und aus diesem großen Spektrum habe ich ja eine riesige Erfahrung. Und diese Erfahrung ist in mein neues Gesundheitspaket eingeflossen. Und zwar geht es heute um unseren Rücken. Hier seht ihr die Wirbelsäule in einer Skizze. Der oberste Punkt steht für das Gehirn, für den Kopf. Weiter unten ist der erste rote Punkt markiert. Das ist so ungefähr in Brusthöhe. Dieser Bereich in der Wirbelsäule steht für Herz, Lungen, Magen und Nieren. Also dieser Bereich in der Wirbelsäule deckt alles ab, was jetzt mit Herz, Lungen, Magen und Nieren zusammenhängt. Das heißt also, wenn jemand Magenschmerzen hat oder Nierenschmerzen hat, da muss man auch mal in der Wirbelsäule nachschauen, was ist denn in diesem Bereich nicht in Ordnung. Wenn du jetzt ein Paket an der Hand hättest, was dir jetzt diese Punkte, Skoliose, Ischias, Müdigkeit, Kopfschmerzen, gesteigerte Muskelkraft, Hexenschuss und gegen Osteoporose. Wenn du so ein Paket in der Hand hättest, ich glaube, jeder würde sich da freuen. Und das habe ich für euch entwickelt. Und das ist dieses Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und das ist ganz wichtig. Und das wird also in diesem Gesundheitspaket für den Rücken, für die Rückengesundheit ganz groß geschrieben bei mir. Schaut mal, wenn du jetzt nicht so viel Selbstvertrauen hast, dann geht dir es ja nicht so gut. Wenn du oft Stress hast, das sind alles psychische Dinge. Oder wenn du nicht gerne auf der Erde bist, wenn du nicht geerdet bist. All dies sind ja psychische Belastungen, welche mit diesem Gesundheitspaket gelöst werden. Das ist ganz wichtig zu wissen. All diese Punkte, also der ganze psychische Stress, den man hat, auf diesen Punkten, was ich da so aufgeführt habe, werden aufgelöst in dem Gesundheitspaket für den Rücken. Du bekommst im Gesundheitspaket ein Video mit vier leichten Übungen. Eine heilende Meditation, eine Solvegio-Frequenz von über einer Stunde. Für alle, die das Video heute anschauen, gibt es einen Rabattcode. Und zwar möchte ich euch das Rücken-Gesundheitspaket um 100 Euro günstiger geben. Und zwar dürft ihr im Shop den Rabattcode Rücken eingeben und dann bekommt ihr 100 Euro Ermäßigung.